Wie sieht es da oben aus, Lotte? Also, sie lacht ganz viel. Oh, sie hat sich gekocht! Nein, haben sie nicht. Aber sie lachen ganz viel. Ähm... Hallo? Komm, ich bin die Polizei. Lotte! Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Hallo? Ja, sie sind gemeint, es ist Gott die Polizei. Oh, mein Gott. Hallo, ich dachte, der meint uns. Oh, mein Gott. Oh, ich brauche gleich wirklich einen Kaffee noch. Wirklich? Ich kenne das immer noch nicht. Ja, dachte ich auch. Oh, jetzt gehen wir einfach. Was ist das da mit der Leiter? Wir haben nur was geschaut eigentlich. Aber es ist egal. Gut, damit jetzt nichts mehr geschaut, ab mit euch. Ja, ja, ja. Gut, danke schön. Danke, ciao. Ciao. Oh mein Gott, ich habe Angst. Oh Gott, das war knapp heute. Hey Leute, wir sind gerade auf dem Weg zum Theater, weil Lucy hat gleich ein Casting. Hey, ich habe eine Rolle. Ich fühle mich jetzt wendet. Wie gestern. Ja, ist es. Wir müssen uns noch abrennen. Okay, komm, jetzt ist sie da. Ich glaube, ich will. Wo ist es das? Ja, ja, ja. Das ist voll cool aus. Okay. Hey Leute, wir müssen euch noch erzählen, was gestern passiert ist, weil, also Lucy und ich sind weggerannt, weil der Polizist eben gesagt hat, wir sollen jetzt schnell weggehen. Ihr habt es ja gerade eben gesehen. So ein Karma, wirklich. Ja. Wir dachten halt erst so, der spricht ja jetzt die anderen an. Mhm. Und dann haben wir uns doch noch angesprochen. Vor allem, wir wissen jetzt halt nicht, was mit Chiara und Leon passiert ist. Ja. Ich weiß nur, das habe ich dir auch noch nicht gesagt, Leon ist gestern Abend sehr spät nach Hause gekommen. Mit Chiara? Nee, aber es ist halt spät nach Hause. Das ist gut. Ja, das ist gut. Genau. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, was mit dem ist, aber jetzt kriegst du so nervös. Ich kriegst du hin. Ja, wenn Mimi jetzt Karriere in den USA macht als Superpasta, dann kann ich gut ihre Komparsen-Roll übernehmen. Richtig. Sehe ich gut aus? Sehr gut. Ich wünsche Lucy viel Glückwunsch. Hey Leute, Lucy hat gerade ihr Casting auf der Bühne und ich habe gerade ein paar Minuten Zeit, deswegen habe ich mir eure ganzen Kommentare durchgelesen bezüglich. Ob ich Noelle die Wahrheit sagen soll, wegen dem Kuss zwischen mir und Leon und ich habe jetzt einen Kommentar auch hier gesehen, der gesagt hat, also ich würde es ihm erzählen, weil zwischen einer Beziehung darf man ja eigentlich keine Geheimnisse haben voreinander. Also zumindest nicht so viele, deshalb solltest du es ihnen erzählen, aber vielleicht ganz unauffällig spät mal Wahrheit oder Pflicht oder sowas und dann ganz unauffällig fragt dann dich, fragt dann dich jemand, ob du schon mal jemand anderen geküsst hast. Achso, du meinst bei so einem Spiel dann? Ja, das stimmt schon. Ich kriege jetzt einen Kommentar, der sagt, nein, ich würde es nicht erzählen, solange es nicht öfters passiert. Und der Kuss war wirklich das letzte Mal. Wir haben beide gemerkt, es hat für niemanden was bedeutet und wir sind jetzt gute Freunde und mein Problem ist jetzt einfach, dass ich nicht weiß, ob ich es Noelle sagen soll oder nicht und ihr seid euch da auch nicht einig. Und jetzt weiß ich einfach nicht, was besser ist, ruiniert das dann unsere Beziehung oder ruiniert das unsere Beziehung, wenn ich Noelle nicht davon erzähle. Leute, vielen Dank, dass ihr mir so viel schickt und mir auch so viele Kommentare schickt, auch über euer persönliches Leben, das hilft mir ungemein weiter. Und hier ist nämlich noch ein Kommentar reingekommen, der sagt, ist mir selbst passiert, lieber erfährte das von dir als von jemand anderem. Natürlich wird der Konflikt da sein, ja, aber ich denke mal, du möchtest safe auch nicht wollen, dass jemand dich so lügt. Versuch dich immer in die Person hinein zu versetzen und zu überlegen, ob etwas schmerzhaft ist oder nicht. Du hast vollkommen recht, ich muss es Noelle einfach erzählen. Was möchtest du mir erzählen? Oh, ähm, hi. Na? Egal, ich muss dir auch was erzählen. Und zwar, ähm, am besten, wie wir, nee, wie wir, was schon irgendwann mal zum Essen lade ich dich gerne ein, schön gegessen und dann erzähle dir was, was gibt's Geiles. Versprochen. Warte mal, was wolltest du mir erzählen? Das werde ich dir dann beim Essen erzählen. Perfekt, dann einfach waschen. Geil. Leute, hätte ich Noelle jetzt schon davon erzählen sollen, also von dem Kuss. Aber er wurde voll schnell, also voll kurz angebunden und ich wollte es jetzt nicht so einfach in den Raum werfen und dann nicht wirklich darüber reden können. Vor allem hat er jetzt eh gemeint, er muss mit mir sowieso was besprechen und wir sehen uns oder essen dann zusammen was und es ist vielleicht besser, wenn ich es ihm dann erzähle. Oder könnt ihr bitte einfach mich unterstützen dabei. Und dabei sein einfach. Drück die Glocke auf. Leute, das ist Yolanda. Meine neue Chefin. Und das ist Carla. Jetzt dürfte dreimal warten, wer Yolanda ist. Carla ist Tante. Hey. Hallo, Lotte. Ich freue mich schon aufs nächste Fest. Aufs Seopers 90. Ja, genau. Das wird schön. Ja. Und Lotte, hast du die Kostüme fertiggestellt, die du engernennen solltest? Ne, also welche Kostüme? Ja, ich habe Carla gesagt, dass wir dir den Auftrag erteilen. Die Kostüme, was ich dir vorhin in der Cafeteria gesagt habe, Lotte. Also da hast du mir von keinem Kostüm erzählt, da würde ich mich dran erinnern. Wir haben nur über... Doch, 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 Lotte. Vorhin habe ich dich gesehen, da bin ich an dir vorbeigehen. Also ich habe dir gesagt, du sollst die Kostüme machen. Ne, hast du nicht. Lotte, es muss einfach fertig werden, regelt das untereinander, ja? In 20 Minuten müssen die Kostüme fertig sein, ja? Also, los geht's. Carla, hättest du mir davon erzählt? Ich habe dir davon erzählt. Hey, wenn du mir nicht zuhörst, ist das nicht mein Problem. Mach deine Arbeit einfach. Leute, ich habe es jetzt geschafft in diesen 15 Minuten, aber hätte mir Carla einfach schon früher Bescheid gegeben, hätte ich einfach mehr Zeit dafür gehabt. Lotte, na, wie schaut es aus? Ja, ich bin fertig. Du kannst es eigentlich direkt zur Bühne runterbringen. Dankeschön. Was ist? Warum hast du mir nicht Bescheid gegeben? Ich habe es dir gesagt, Lotte. Daran würde ich mich doch erinnern. Ich habe es dir aber gesagt, ich weiß nicht, wo du mit deinen Gedanken warst. Du schadest damit nicht nur irgendwie mir, sondern auch Yolanda und dem Theater. Ja. Also, warum sollte ich es dann machen? Ich habe es dir gesagt, Lotte. Ich weiß nicht, wo du mit deinen Gedanken bist, aber es ist nicht meine Schuld. Wirklich nicht. Das ist nicht meine Schuld. Du hast dir seh... Lotte! Hi, 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 hi. Ich habe die Rolle. Echt jetzt? Oh mein Gott, ey. Da meinte ich ja voll eine gute Präsenz und so. Ach, ey, so cool. Ey, Glückwunnen, Glückwunnen. Weißt du, was das heißt? Wir sehen uns jetzt voll oft hier. Das ist so geil. Willkommen in unserer neuen Co-Show. Heute die... Oh, nee, okay, nochmal. Okay, bist du bereit? Ja. Oh, nee, ich bin besser. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in unserer neuen Co-Show. Heute bereiten wir für Sie zu... Chili... ...Karne! Was Sie dafür benötigen, das ist quasi nach einer Haftkritzer, kleiner Pause. Spaß, so weiter. Ähm, hier wird natürlich Tomatenmark, Paprika, 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 Tomatenmark, Mais, Zwiebel und das oder... Haben wir die Zutaten? Aber wo sind nur die ganzen Zutaten? Da müssen wir wohl zum Supermarkt laufen. Wir öffnen die Supermarkt-Tür und nehmen eine zusammengemengte Dose aus dem Schrank. Ah, so ein Chili. Nun nehmen wir die Dose in den Topf hinein. Und natürlich vorher die Dose öffnen. Ja, das wäre... Das wäre schlau. Nun ist sie diese Dose geöffnet und alle zusammengemengten Zutaten können in die Dose... In den Topf, meinte ich. Oh, wer ist das? Noel? Hey, du musst es ihm jetzt sagen. Das kommt in den Kuss. Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich meine, ich belasse das die ganze Zeit. Wenn du es ihm jetzt sagst, dann wird es die ganze Zeit weiterlaufen. Du wird es auch aufgestanden. Aber genau das ist es ja. Es belastet dich. Deswegen schließt damit ab und denk einfach nicht mal drüber nach. Ich meine, Leon macht das genauso. Er schließt auch damit ab. Leute, Leute, was soll ich machen? Soll ich es ihm jetzt sagen? Oder irgendwann anders. Stimm mal kurz ab. Ich finde, du sollst auf jeden Fall... Auf jeden Fall. Was ist denn jetzt? Ich will jetzt nicht sagen. Hi. Ah. Hi. Ja? Hi, äh, komm rein. Ist Leon schon da? Nee, der... Hi. Der müsste aber gleich... Also bestimmt gleich kommen. Hi. Schön, dich wiederzusehen. Ja, freut mich auch. Hi. Ja, gut. Dann bereiten wir weiter unsere... Die machen zwar die Schillie Zinkane, aber aus der Dose. Gut, du noch. Falls du noch mal anst. Nein, das ist ein super was. Mit tollen Zutaten haben wir doch gescheit gesagt. Mh, lecker, lecker. Nein, nein, nein. Dann darf du musst auf unsere Fruchtkühlste hier ein bisschen leer mit mir zuderspielen. Hi. Wie hast du gemacht? Was? Ah. 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 Ich will schon sagen... Super. Für die Hütte ist das perfekt. Ja, irgendwie können auch immer jetzt jeden Abend dann auch für dich auf der Hütte kochen. Ja, geil. Auf der Hütte? Ja. Hast du schon alles... Hat Leon jetzt eigentlich reserviert? Das ist jetzt safe. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, ob er reserviert hat. Aber übrigens heute, wir wollen in ein paar Tagen auf eine Hütte gehen. Lucy ist auch dabei. Yes. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann drückt jetzt schon mal die Glocke, dann verpasst ihr es auf ein Beine. Ich hab das so geil. Ich glaub auch. Ich hoffe, wir können Skifahren gehen, dass dann noch Ski... Ich hab meine Skisachen schon rausgelegt. Echt? Im Falle. Du hast vorgeraltet. Sehr cool. Ja, natürlich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo meine Skisachen sind. Ja, ich musste die auch erst mal suchen. Also das ist ja auch erstmal ehrlich, ich habe die Einges verraten. Hey, ich hab die Klingel. Soll ich jetzt auch mal umgehen? Nee. Ähm, danke. Das... Ich mach das schon. Das... Nein, wie sagst du es ihm jetzt? Oh, sieh, dann kannst du mich doch einfach in Ruhe. Lass das so. Geh doch einfach. Geh doch einfach. Oh, hi, hi, hi. Hallo. Na? Ähm, ich habe was für dich. Ich wollte auch mit dir reden. Ich, perfekt, perfekt, perfekt. Pass auf, ich hab was für dich. Ich hab was für dich gesagt. Warte mal jetzt. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Das ist auch mega wichtig. Pass auf, wir machen eine Europatour. Hier, durch Portugal, wo auch immer du willst. Ich mein, Türkei, Spanien. Ich hab, äh, mi casa, su casa, el hoja, gracia. Nee, das war jetzt italienisch und spanisch. Ich hab ihn auch geküsst. Also, nicht jetzt, nicht jetzt. Und, also, das war, das war vor Weihnachten, zu dieser Zeit, wo ich eben nicht wusste, ob ich ihn vielleicht mag. Und, und, äh, und jetzt, aber, als ich ihn geküsst hab, dann wurde mir klar, dass ich nur dich mag und ich auch nur mit dir zusammen sein will. Deswegen, ich, jetzt, ich, ich, was, ich wollte einfach nur, dass du's weißt. Okay, ähm, ich glaub, das mit der Europatour hat's. Ich hätt's dir nicht sagen sollen. Noelle, 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 bitte, Noelle. Bitte, es, es tut mir wirklich nett, dass, das... Lotte, ich brauch ein bisschen Zeit für mich, okay? Und was ist mit der Hütte? Kommst du da noch mit? Lass mir einfach Zeit. Lass mir einfach wissen, ich, und du, wirst du es immer genauer, wirst du seine Sachen? Oh, gott. In, 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 no other way, no other way, other way.